Jene Moschee in Wien-Meidlingen, der der Attentäter von Wien gebetet und sich radikalisiert haben soll, hat Einspruch gegen ihre Zwangsschließung erhoben. Die Moschee ist seit 2016 als Folge des Islamgesetzes bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft registriert. Auf Drängen der Regierung hin entzog der Oberste Rat der IGGÖ der Moschee die Rechtspersönlichkeit als Konsequenz aus dem islamistischen Anschlag. Laut Medienberichten ging noch am Mittwoch eine Beschwerde der Betreiber der Moschee gegen die Entscheidung des Obersten Rats der IGGÖ ein. Begründet wird die Beschwerde damit, dass die Schließung der Moschee nicht ausreichend begründet sei. Das IGGÖ schiedsgerecht muss sich nun innerhalb von zwei Wochen zusammenfinden, binnen acht Wochen muss es dann eine Entscheidung fällen. Leicht wird diese allerdings nicht, kann sie doch als Nagelprobe des IGGÖs gewertet werden, ob das Bekenntnis zur österreichischen Grundwerten tatsächlich gelebt wird oder doch nur ein Lippenbekenntnis bleibt.